Lieber Herr Professor Janni, lieber Wolfgang, wir sind hier beim ESMO 2024 in Barcelona und du hattest, wenige Deutsche hatten die Ehre, die Ehre hier zur Detect 5-Studie einen Vortrag zu halten. Worum geht es bei dieser Studie und was konntest du berichten? Ja, die Detect 5-Studie, in der Tat, wir waren sehr froh, dass wir sie hier präsentieren durften, beziehungsweise eine zweite Interimsanalyse und da sind wir dann nochmal dankbarer, dass wir eine Interimsanalyse hier im Rahmen einer Oracle-Citation zeigen durften. In der Tat denken wir, dass sie praktische Konsequenzen haben könnte. Was die Detect 5-Studie auch ganz kurz untersuchen wollte, ist, brauchen wir noch die Chemotherapie bei der Therapie, des Hormonrezeptor-positiven und HER2-positiven, metastasierten Mammakaziums oder Trippel-positiven Mammakaziums, wie es viele auch nennen. Die Idee ist ganz einfach, wenn wir eine sehr gute HER2-ziegerichtete Therapie haben und eine sehr gute Endokrintherapie, hat da die Chemotherapie tatsächlich noch einstellen Wert, ja oder nein. Genau das haben wir in der Prospektiv-Randomisieren- und Phase 3-Studie Detect 5-Untersuchung. Patientinnen in der ersten oder zweiten Therapie-Linie mit einem Hormonrezeptor-positiven, HER2-positiven Mammakazinom wurden randomisiert zwischen dem Therapiestandort, nämlich Chemotherapie, in Kombination mit dualer Blockade, Estastuzumab-Pertuzumab, gefolgt von endokriner Therapie versus nur die endokrine Therapie in Kombination mit der dualen Blockade, Estastuzumab-Pertuzumab. Eine prospektiv-randomisierte Studie mit insgesamt 271 Patientinnen. Nach 124 Patientinnen, also etwas weniger als der Hälfte der Patientinnen, nahmen wir in beiden Armen zur endokrinen Therapie das Repozyklip hinzu, einem CDK-4,6-Tibetor. Warum? Weil es natürlich die Daten zum Beispiel der Monalisa 2-Studie zur Verbesserung der Effektivität der endokrinen Therapie durch CDK-4,6-Tibetoren gab, sodass wir sagten, wenn wir daran glauben, auf die Chemotherapie verzichten zu können, durch eine optimierte H2C-Giftung-Therapie und durch eine optimierte endokrinen Therapie, gehört natürlich ein CDK-4,6-Tibetor dazu. Was kam nun raus bei der DTEK-5-Studie? Es kam raus, dass wir keinen Vorteil im progressionsfreien und im Gesamtüberleben sahen, zwischen den beiden Randomisationsarmen, damit unsere Hypothese von ganz am Anfang, dass wir vielleicht die Chemo gar nicht mehr brauchen, wir bis dato zumindest in dieser Interimsanalyse bestätigt sahen. Ein bisschen interessanterweise oder ein bisschen überraschend allerdings, auch kein signifikanter Gesamttoxizitätsunterschied in der ITT-Population. Also auf die Gesamtstudie betrachtet, in etwa unterm Strich ähnlich viele Nebenwirkungen über die Gesamtdauer der Therapie, was ja für Patientinnen ein wichtiger Aspekt ist. Wir denken, dass es daran liegt, dass wir eben bei der Mehrheit der Patienten das Repozyklipp mit dabei haben, in beiden Therapiearmen. Und das Repozyklipp ja über längere Zeit gegeben wird, wenn die Chemotherapie Dauer natürlich limitiert ist. Und das wird gleich zur zweiten Erkenntnis, und das war wahrscheinlich der Grund, warum die Präsentation zur Arabistation ausgewählt wurde. Wir haben natürlich die Kohorte ohne Repozyklipp mit der Kohorte mit Repozyklipp verglichen, nicht randomisiert, nur zwei aufeinanderfolgende sukzessive Patienten-Kohorten. Und das haben wir einen sehr deutlichen, statistisch signifikanten Unterschied zwischen der Kohorte ohne und der Kohorte mit Repozyklipp, sowohl beim progressionsfreien Überleben, als auch beim Gesamtüberleben. Hier war es mit einer Hustrad Ratio von etwa 0,5. Das heißt, eine Verdoppelung des progressionsfreien Überlebens durch die Entzunahme von Repozyklipp und auch eine Verdoppelung des Gesamtüberlebens durch die Entzunahme von Repozyklipp. Und das sind natürlich sehr spannende Daten. Man muss sie derzeit noch mit Vorsicht interpretieren. Es gab keine Zulassung für diese Situation. Es ist auch die erste Studie, die das wirklich so belastbar andeutet, und ist eine interim-sargelöse und eine nicht-randomisierte Fragestellung jetzt mit ohne Repozyklipp. Aber natürlich sehr, sehr lockende Daten. Wir gucken mit Spannung auf die finale Analyse, die wir dann vielleicht, schauen wir mal, auf dem ESMO 2025 schon präsentieren können. Ja, super. Also ich finde, wenn so diese neuen Zusammensetzungen verglichen werden, wirklich verglichen werden mit einem Standard, wir haben ja auch andere Studien, dann ist das wirklich hochinteressant, wenn so etwas herauskommt. Und ich glaube trotz allem, dass viele Patientinnen froh wären, wenn sie um die Chemotherapie herumkämen. Insofern, also auch wenn Nebenwirkungen auch mit natürlich mit dem CDK4-6-Inhibitor und so weiter entstehen, ist es, glaube ich, für viele Patienten eine Erleichterung, wenn die Chemo vermieden werden kann. Also wir freuen uns und spätestens nächstes Jahr hoffe ich, dass wir dann auch wirklich darüber sprechen können, wie die finalen Daten ausschauen. Vielen herzlichen Dank. Ich danke für das Gespräch. Vielen Dank.